Aber ich glaube, soweit mit den Schnittsätzen, das passt soweit ganz gut. Wenn ich immer so mal die Uhr im Auge behalte, hier auf dem zweiten Bildschirm, müsste, glaube ich, immer so mit einer halben Stunde hinkommen. Passt eigentlich sehr gut. Ach du Scheiße. Zwei Proberänderplakate, die Polizeistation, ein Captain, ein Treibstofftank, ein Generator, Überwachungssystem, oh, diese mir am liebsten. Eine Satellitenschüssel, vier Lautsprecher, eine Statue und dann Flaggehilfen. Okay. Ähm, what the fuck? Hallo? Hä? Ich hab mich gerade gewundert, dass die sich da nicht selber weggebombt haben. Okay. Na gut. Ich bin da. Und falls ich jetzt doch währenddessen hier sterben sollte, dann, ähm, doch, dann ist das eben. Also, diese drei Sterne, die sind jetzt doch ganz schön, ähm, am, am genutzt, ne? Na ja, komm mal. An die Wanda, komm. Na ja, können wir doch ganz einfach machen, ja. Wenn ich's mal richtig machen würde. Ja. So, warte mal, ich will jetzt aber noch mal ganz kurz wissen, wie viele von diesen Dingern gibt es denn in der Stadt? Ich dachte, das ploppt jetzt hier auf. Toll. Dann eben nicht. Dann werden wir uns erstmal so weiter durchgewohnt spielen. Ach, voll geil. So. Die standen da gerade so günstig. Ich muss das einfach machen. Es tut mir leid. War das Beste, was man machen konnte. So. Das war Propagandaplakat Nummer 1. Ähm. Ja. Dachlos funktioniert nicht. Ähm. Hä? Jetzt geht's nicht mehr. Ah, jetzt. Wollt ihr mir grad schon Sorgen und Gedanken machen? Perfekt. So. Ah, warte mal. Also, ich bin mir grad, dass wir die Ravello-Band mitnehmen. Perfekt. Hier wird jetzt aber noch nicht abgespielt, weil wir ja immer noch besucht werden. Darf ich mal ganz kurz hängen? Vielleicht haben wir jetzt gleich Ruhe. Ich hoffe mal. Also erstmal. Sieht aber sehr gut aus. Perfekt. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Ja. Ihr seid gegrüßt. Ich wollte euch nur mitteilen, dass die Basis von Porto le Gratia zerstört wurde. Man kann keine Nation aufbauen, ohne ein paar Basen zu zerstören oder prominente Gäste aus dem Ausland zu entführen. Ja, schon gut. Viva Medici! Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Lautsprecher, den nehmen wir auch gleich noch mit. Und wie ist hier die Obrigkeit, Alter, halt, die Schnurrte. So. Sehr schön. Und ich denke mal, die restlichen Teile, die werden wir dann wirklich hier auf der Polizeistation finden. Also, wir müssen es jetzt einfach austesten. Und einfach hoffen, dass wir, äh, alle von den Überwachungssystemdingern gleich erwischen. Also, hier auf den Dächern sehe ich soweit nichts. Warte mal, wenn ich jetzt hier vorne anfange. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, in welche Richtung ich dann weitergehe. Nur mal ganz kleinen Moment, bitte. Und. Da drüben ist auch noch einer, okay. Pass mal auf, wir starten jetzt einfach hier oben, das Ding. 1, 2. Ähm, jo. Einmal nach oben. Siehst du, eins war nämlich noch hier. Ähm, ich hab einmal dahin, ganz schön. Wir haben erfahren, dass in deiner Nähe... Eine Stadt nach der anderen. So. Perfekt. Was ist hier los? Äh, nee, falsche Waffe. Ach so. Weil wir jetzt sowieso zur Polizeistation gehen, ist das eigentlich ganz okay. Können die gleich mal wissen, dass wir jetzt kommen. Ja. Muss ja auch mal sein. Ähm, jo. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Na klar. So, zwei Gefängnis zählen und einmal Rebellen rufen. Oh, klar. Sehr schön. Haben die ja gerade eine Granate hochgeschmissen? Ich glaube, es hackt. Boah. Also so geht das aber nicht, ne? Ja. 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 Ja, wunderbar. So. No. Genau. Laufen wir mal alle entgegen. Perfekt. Perfekt. So. Genau. Du wirst auch mal sterben. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Und nun können wir jetzt... Oh. Oh. Oh, der. Diese gepanzerten Typs hier sind nervig. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Oh. Okay. Okay. Also hier haben wir jetzt nichts weiter. Verstärkung ist unterwegs. Ne, 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 lass mal. So. Äh. Flagge hissen. Einmal in diese Richtung. Alles klar. Ich will mal spielen. Ja, fett. 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 Nö, nö. Außen nicht. So, wunderbar. Die Garage ist hier freigeschaltet. Rondella Tour auch. Und die zweite Ansiedlung befreit. Geil. Das gefällt mir sehr. Ja. So. Hier haben wir jetzt Sancte Esteban. Ach, wäre das jetzt hier dieser, äh, dieses besagte Kloster, wo wir uns, äh, verstecken können, wenn wir ganz, äh, viele, ähm, Typsies von Giravello am Arsch haben? Oder wie? Also anders löst ich das jetzt nicht. Zugedingsen. Und so. Ne? Juuu. Alles klar. Äh, dann finde ich es komisch, dass die hier vorne noch nicht freigeschaltet ist. Habe ich jetzt hier irgendwas gemacht, äh, damit die jetzt freigeschaltet ist? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier in diese Stadt erstmal hin. Und dann mal gucken. Was ist denn da schönes auf... Pff. Alter, diese... Diese Startpunkte hier immer. Mit dem Enterhaken, das ist gut. Oder wie dieses Ding auch immer heißt. Also ich nenne es Enterhaken. Egal. Ganz egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Riko und seine Freunde von der Rebellion haben die DRM aus Rondella vertrieben. Gute Arbeit, Rebellion. Gute Arbeit, Rebellen. Weiter so. Eine Polizeistation, ein Captain, zwei Treibstofftanks, ein Propaganda-Vent, drei Lautsprecher, eine Statue und zwei Transformatoren. Okay, solange da kein Überwachungssystem drin ist, ist alles gut. Weil die mache ich ja ganz ungern. So, aber das sollten wir eigentlich... Also die Polizeistation habe ich schon mal gefunden, das ist gut. Aber wir werden uns erstmal hier auf dem Dach begeben. So können wir uns jetzt ein bisschen besser überblicken. So. Das war schon mal Lautsprecher Nummer 1. So, der zweite ist auch gleich da vorne. Den gehen wir auch gleich mit. So, ich gucke schon. Ah, hier vorne. Gott. Sehr schön. Also der Propaganda wendet es auch schon mal weg. Wunderbar. Was, eine Handstufe? Waaat? Was hab ich geschult? Attrakiere Zielversuch. Alle Reihenheiten hierher. Das ist aber richtig groß hier. Braucht ihr doch ja nicht mache. Los, findet den Rebell. Er darf nicht entkommen. Nö, nö. Ich entkomme doch nichts. Was wäre ich denn für ein schlechter Rebell, wenn ich entkommen würde? Der Beste. Findet ihn, so schnell es geht. Naja. Und los geht's. So. Aber warte mal, ich bin vorhin aber da auch noch nie. Und die Stammtour. Genau. Die brauchen... Uh. Die sind immer Granaten zu mischen. Ich find's lustig. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Na komm. Gönn dir mal. Sehr schön. Guck mal, der Ömer ist auch gleich hier unten. Komm, ich nehme auch gleich mit. So. Ja gut. Dann gehen wir jetzt erstmal rüber in die Polizeistation. Und machen da noch ein bisschen Randale. So, zwei Gefängniszellen und zwei Rebellen. Sehr schön. Oh. Was? Jetzt geht's aber los hier, wa? Das kann ich aber so nie auf mich sitzen lassen, ne? Na komm. Gönnt euch mal eine Umarmung. So können wir. So, kommen wir mal da mehr unten das Tor auf. Wir können die ersten schon mal reinkommen. So, die Sascha. Ach, wunderbar. Der Kegel sollte bloß mal treffen. Dann würde ich glaube ich kein Problem geben, hier die Mission weiterzumachen. So, die ist ja auch. So. Die Stop. So. Kann er meine Munition? Es sieht nicht so aus. Nö. Das ist ja scheiße. Und dann mal gucken, dass ich die Waffe... Ah, warte mal, da drüben... Haha, Moment. Uno momento, bitte. Gib mal ein bisschen ab. Na komm. Sehr schön. Oh, was hab ich denn da jetzt für eine Waffe? Oh Gott. Ich möchte eigentlich meine andere Waffe behalten. Also, gerne. Sehr, also sehr, sehr gerne. Alter, wie viel der Schrot flinkt. Die laufen jetzt alle mit Schrot flinken rum. Was willst du denn hier? Hat der auch eine? Nö. Da wird die Stole. Toll. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder herstellen. So gut. Ja, das soll hier erstmal so weit reichen. Aber, wie gesagt, ich muss mir gleich die UMP wieder zurückholen. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Weil so... Also, besonders hier mit einer Schrotflinte, das ist ja gar nichts für mich. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, ähm, wo... Ach hier, hintenrum. Moment, Moment, Moment. Das Ding müssen wir natürlich auch noch holen. Ziel hat das Gebiet verlassen. Toll. Dann ist das eben so. Er wüsste nicht, dass dein Volk leidet. Welcher Idiot hat die DRM gerufen? Ich habe ja eine vernünftige Waffe. Geil. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Zum Erfliegen rüber. Und, ähm... Wir werden erstmal... ...unsere Flagge helfen, ne? Wie ist euer Status? Sehr schön. Verdammt. Gott, damn it. Sehr schön. Garage ist freigeschaltet. Via Campania Tour. Lantuina. Sprint. Und diese Ansiedlung. Ja. So, aber trotz dessen, hier in dem Gebiet, fehlt da noch eine Ansiedlung. Dann kann das ja nur noch hier vorne sein. Also anders würde ich das jetzt nicht, äh, gelingen können. Und, äh, haben sein. Wir gelingen. Das ist auch gut versteckt. Alter. Tag 75. Ich freue mich, verkünden zu können, dass die Ravellos Männer von Riko und seinen Rebellen aus Lantuina vertrieben wurden. Also raus mit euch. Schaut Baccia die erstbeste Wand. Spaß dabei. Die Männer lieben mich. Der erste Bauer ist gefallen. Und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen Nächsten zuvor. Das Ding sieht tödlich aus. Oh, ich weiß nicht, ob das mit der, ja, ob das mit der Waffe jetzt besser ist. Aber wir könnten uns dann ja zur Not nochmal, ähm, einen Rebellenabwurf leisten. So, warte mal. Wir wollen jetzt erstmal in diese Richtung hoch. Das sieht mir da oben aber auch schon wieder nach einem Klopster aus. Oder nach einer Kirche oder wie oder was oder wo. Wie soll man das da oben? Das wird bestimmt hier zu dem anderen Gebiet dazugehören. Ne, das ist, das ist ein Kloster hier. Also Kirche und so, ne. Weiß Bescheid. Genau, das ist dann hier Gebiet Pheno. Oder ist das etwa hier an der Ecke? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ein Ding in diesem Gebiet fehlt uns jetzt noch. Und ich habe so eine dumme Vermutung, dass es so ein Kontrollturm oder sowas ähnliches sein wird. Also ganz, ganz kleines Gebiet nur. Hm. Mal sehen, vielleicht werde ich das doch gleich mal aufcamsuchen. Also ich werde mich jetzt hier vorne nochmal mit Aufnahme hinbegeben. Und da muss ich sowieso wieder einen Schnitt machen. Aber das sieht ganz gut aus, wie ich gerade das rote Teil da hinten sehe. Oder habe ich gerade falsch geguckt? Haben wir gleich. Das haben wir gleich. Ne, sieht gut aus. Na, guckt sich das mal einer an. Also, das müsste dann aber hier zum, äh, Gebiet, ähm, Lavander noch dazu gehören. So. Hm. Genau. Hier ist ein kleines Kontrolltürmchen. Also ein kleiner Vorposten, sagen wir es mal so. Ist auch nicht viel, also das sollten wir eigentlich auch noch schnell, ja komm, das, das machen wir auch noch fix. So, ja. Schneider mal gegen, perfekt. Jo, jo. Und es liegen recht über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Na komm. Ähm, ja. Man sollte auch treffen. Das wäre besser. Haha. So. Sehr schön. Sehr schön. Die vierte Ansiedlung befreit. Das heißt, diese Provinz ist befreit. Held. Sehr schön. Geil. Finde ich gut. Ich mag diese. Sehr gut. Mensch. So. Ähm. Und jetzt mal mitnehmen. Und weißt du was? Das machen wir auch so. Wir lassen das erstmal so, äh, im Dingens drin. Und jetzt in der nächsten Folge, bevor wir uns hier zur nächsten Mission begeben, würde ich sagen, wir holen noch schnell die restlichen Fragezeichen, die wir jetzt hier freigeschaltet haben. Und, ähm, ja. Oder, ach nee, auf Camp machen. Nee, das, das, das wäre ein bisschen, äh, nee, das, upsala, das lassen wir lieber. Ich, äh, melde mich sofort wieder. Bis gleich.